Deine Mutter googelt wegen Puzzles nach der Lösung. Und da... Hmm, spielte spielte. Ich, ich weiss, ich weiss wieder. Schön. Könntest du bitte aufhören damit? Was? Wer? Wo? Oh Gott. Da ist schon eine Kette mit Kurzhaarschnitt. Bei uns im Tor. Nicht hin gekommen. Oh Gott. Oh Gott. Oder so. Sorry, da habe ich dich einmal übersehen. Ja, passt. Ich hoffe, der ist drin. Jo. Du weißt, du weißt. Oh Gott. 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 aber komplett frei aber da fehlt's mit einer Stürmer, weil ich nicht die Geschwindigkeit aufbringen kann das gehe ich mit Ausdruck durch die... Aaaaah, gezählt sogar! da komme ich erst wieder in Fahrt und dann wieder so ja das schafft der Basti schon da hat irgendwer gefordert soll ich kurz machen? ach ah man beim Stimmermodus, wo ich schneller bin ich hab das zu spät bemerkt, dass meiner da hin rennt dann dann Linn Astreines Tor mit einmal berühren. Pass, pass, pass und letzter Pass, der lange Pass. Genauso gehört's. Wie groß bist du? Eh, das war kein Tor. Was? Nein. Scheiße. Ja, am Tage vielleicht. Ah, warte, du Kies, du Kies. Elfer. Vielleicht ist es ein bisschen länger, könnte ich ausgehen. Kleine Spur zu langweiler. Ah, kein Problem. Abseits. Nicht ganz. Okay, Abseits. Engel. Geht schon. Dauer. Jawohl. Nein. Oh Mann, ey. Ich tue sich wieder so weit vor. Benennten. Was? Alter. 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 Roboter werden irgendwann mal die Weltherrschaft übernehmen. Hahaha. 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 Können nicht mehr einen normalen Flanke machen. auch mal die Weltherrschaft übernehmen. Das ist nicht so gut. Aber das hat sich in den letzten Jahren gewandert. Und das hat sich in den letzten Jahren gewandert. Und das hat sich in den letzten Jahren gewandert. Liga ja das sieht man dann Degi der Degi veräppelt nämlich die ganzen Liga 1 Stürmer normalerweise Liga 1 Stürmer die rennen auch oft beim Tolter vorbei oder rennen in die Mitte rein machen dann sind ins Kurze Eck und so und das machst du ja auch aber es können auch zum Beispiel Leute die nicht in Liga 1 spielen ja aber nicht so gut die haben eine nicht so gute Schatzverwertung da du wirst es bei dem Team spielt die Schicksal die Schätze es gibt auch Leute die haben wahrscheinlich noch nie Liga gespielt sind trotzdem so gut auch natürlich er hat immer so ausnahm 1 aber es sind die ganzes immer noch im Tick ja alles Glückwunsch du kannst du kannst du kannst du dir 1 Prozent und das scheißig war die Liga muss so viel Glück haben das können zu ja ich muss sagen Liga 1 spielt sich angenehm die Liga der als alle anderen liegen er wird ganz so ein bisschen ruhiger spielen und das muss langweil gekloppt und dann da brauchst du nicht die zweite Luft zum Beispiel weil da rennt keiner schnell die spazieren nur und machen Pass Pass also man kommt nicht ins Spiel dann läuft man unendlich viel einen der die 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 Was ist das? Was willst du mit mir? Na, sieht das Trautlboot. Ja, Feuer, du. Ja, ich bin. Na, ich bin. Na, ich bin. ich hab mich aber gut so getrückt das können das ist der Fall verspringen Sorry Chris Na ja, okay Kein Problem Oh Gott Kein Problem Sorry der Fall doch also über die Leute hinten ja ich hab euch ja schon gesehen aber man wollte nicht hingehen den Hammer Sollte ihn nicht verarbeiten sofort weiter gespielt ich hab ihn Dormann zu früh angedeutet viel zu früh er war ja noch nicht bereit für den Lupfer im Strafraum ich warte mal wenn ich auf den Bildschirm geschaut aber es rennt trotzdem ich glaub jetzt nicht meiner bleibt nicht ohne Chance am Poe springt er vorhin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin los es ist ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin sie bei den langen außer es läuft dann geht alles jetzt gleich können ja aber wenn du es nicht gesehen hast jetzt nicht der schritt war es nur der kopf vom schatten sorry ja natürlich ich schieß mal doch nicht eigentlich war der an Basti gedacht aber egal egal wer in Krieg war schlecht gepasst wenn an Basti gedacht war und nicht kommt also keine Ahnung ist gut und eine Linie gekratzt jetzt ist nur noch jetzt könnte er was machen jetzt könnte er was machen wie gesagt ist der wie drei war sie so gekreuzt? ist der wie ist der wie ist der wie das ist das hat er bemerkt nach der Zeit nach links nach links nach links das ist das ist wichtig ich stehe komplett allein vorne das ist meistens ein Zerrin das wir nicht kriegen dann stellt sich auch die Frage klärt der Bot oder klärt ein Mensch wenn der Mensch klärt kannst du auf die Seite gehen wenn der Bot klärt musst du in der Mitte stehen oh das reimt sich auch du gespielt ja regnet es draußen nein nein ich habe damit nicht angefangen locker noch Zittel jetzt geht es mal um Aufstieg ja jo das ist dann alles ja Bis zum nächsten Mal.